Känguruen ist extrem sinnvoll, weil wir alle Lebewesen brauchen Kontakt, also körperliche Nähe, Wärme, Herzschlag anderer Lebewesen zu spüren. Känguruen ist der körperliche Kontakt für Frühgeborene mit den eigenen Eltern, solange die noch auf der Frühgeborenenstation liegen. Das heißt, Känguruen nehmen die Kinder aus dem Brotkasten direkt auf den Oberkörper der Mutter oder des Vaters und bleiben da lange, teilweise stundenlang im Hautkontakt. Känguruen ist extrem sinnvoll, weil wir alle Lebewesen brauchen Kontakt, also körperliche Nähe, Wärme, Herzschlag anderer Lebewesen zu spüren. Und die Kinder, die sie im Brotkasten legen, denen fehlt das ja oft, weil häufig nur medizinische Sachen an ihnen gemacht werden. Das heißt, die profitieren von den Stunden, die sie wie ein normales Baby in Körperkontakt bleiben, enorm in ihrer Entwicklung. Manchmal gibt es leider Einschränkungen, wenn Kinder sehr, sehr krank sind oder viel medizinische Hilfe gebrauchen. Ist das nicht immer so möglich, wie wir uns das wünschen. Wir versuchen aber in unserem Perinatalzentrum das natürlich mit allen Kindern so häufig und so lange, wie es möglich ist, zu machen.